Und von hier kommen wir jetzt zum Körper. Habt ihr wieder ein bisschen Lust auf Tanzen und Bewegen? Wir haben uns nämlich wieder Unterstützung vom Tanzstudio Dance in Schools geholt, die normalerweise in Schulen Street Dance unterrichten. Heute hat Choreograf Patrick Jodic wieder was für euch vorbereitet. Also los geht's, aufstehen und mittanzen. Es ticken Bananen, ich liebe Bananen. Und so heißt auch der Song, den wir heute tanzen werden, Banana gesungen von Shaggy. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern können, Shaggy mit seinem Welthit Mr. Bumbastik. Unser rechtes Bein beginnt, wir gehen zwei Schritte vor, Arme greifen runter, runter, runter und drei kleine Schritte zurück. Arme greifen hoch, rauf, rauf, rauf. Das sehen wir mit dem linken Bein. Runter, runter und rauf, rauf, rauf. Nach dem springen wir nach rechts. Eins, zwei, wieder snippen und rüber zur anderen Seite. Drei, vier, sehr gut. Unsere linke Hand greift zum Kopf, rechte Hand Point rüber. Nach rechts und mit der Hüfte gehen wir bam, bam, bam. Jetzt rüber zur anderen Seite und bam, bam, bam. Ganz easy. Noch einmal von Anfang an. Fünf, sechs, sieben und runter, runter, rauf, rauf, rauf. Runter, runter, rauf, rauf, rauf. Sprung rechts und links und rechts die Hüfte und links die Hüfte. Sehr gut. Ihr seht, die Schritte sind ganz einfach. Nächster Schritt ist rechtes Bein. Geht einen Schritt vor, einen Schritt zurück, einen Schritt vor und in die Mitte öffnen. Unsere linke Hand vor, rechte Hand vor und jetzt gehen wir dasselbe zur anderen Seite. Nach rechts mit dem linken Bein vor, zurück, nach vor, zurück und unsere rechte Hand zeigt vor und linke Hand zeigt vor. Von Anfang an bis hier im Tempo. Fünf, sechs, sieben und runter, runter, rauf, rauf, rauf. Runter, runter, rauf, rauf, rauf. Sprung rechts, sprung links und rechts und links und Schritt. Eins, zwei, drei, vier und fünf, sechs, sieben. Wechsel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Unser nächster Schritt wird etwas lustig werden. Dann gehen wir runter und mit der Hüfte, mit dem Hintern, bam, bam, bam. Dann drehen wir mit dem rechten Bein nach hinten, bam, bam, bam. Drehen weiter, wieder nach vor. Und linke Hand greift zur Hüfte, rechte Hand macht einen Kreis. Eins, zwei, wechsel, andere Seite. Drei, vier. Weiter geht's. Beide Arme nach rechts. Eins, zwei, beide Arme nach links. Drei, vier. Dann greift unsere rechte Hand vor. Ihr kennt Macarena. Hand vor, vor, Kopf, Kopf, runter. Da ist das Tempo. Vor, vor, rauf, rauf, runter. Und dann gehen wir runter. Wir ziehen uns hinunter. Eins, zwei, rüber, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt fehlen uns nur noch die letzten Schritte. Dann haben wir schon fast den ganzen Sonnen fertig. Die Bridge zeige ich euch auch noch gleich im Anschluss. Die ist ganz einfach. Also, die Knie gehen nach innen. Eins, zwei, drei, vier. Die Arme gehen dazu. Rechte Hand macht so einen Kreis. Eins, zwei, drei, vier. Dasselbe mit der linken Hand. Fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt kommt das Ganze nochmal. Es wiederholt sich so mit zweimal hintereinander. Und dann kommt die Bridge. Die ist auch ganz einfach. Da geht nur die rechte Hand vor. Linke Hand vor. Zwei nach rechts. Eins, zwei. Dann zwei nach links. Drei und vier. Eins rechts und eins links. Ja? Also, rechte Hand, linke Hand. Zwei nach rechts und zwei nach links. Eins rechts, eins links. Und dann gehen wir vor. Rechtes Bein. Eins, zwei, drei, vier. Wieder zurück. Fünf und sechs und sieben. Eins. Zwei nach rechts. Schicksal. Tschüs. S Åh. S Åh. S OG. S OG. S OG. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017